Alter! Junge, nicht, nicht! Du musst hart aber übersteuern. Ja, Mann. Der Knack ist real. Aber wir fahren trotzdem Wreckfest los. Aber ja, du bist der maximale Knackmeister gerade. Oh, da hat aber einer vor. Kim.com fährt mit. Ich dachte, der hat schon seine Millionen. Peter, nehmt dir keine Sachen ab. Ich fahr hier nicht für's Geld mit, ich fahr hier für den Spaß. Da ist schon einer komplett im Arsch. In der ersten Kurve. In der ersten Kurve. Wärts besser? Nein. Nee. Eher schlechter. Wärts besser? Ja. Ist einfach Volume-Lock ausgegangen. Ich hab das Gefühl, der ist bisschen laggy laggy hier. Aber alles cool. Peter führt. Ich würd grad sagen, ich bin Erster. Hier ist nix lag. Ich bin gleich vier da. Ja, dann fahren wir da drin anders, ne? Oh, Peter. Wann kommste? Oh nein. Peter ist nicht mehr Erster. Also... Da kommt der grad um die Kurve. Oh, läuft! Ja, dat war ne Kurve. Dat war brav. Oh, Peter, ich bin Zweiter. Ernsthaft? Wie geil ist denn dat? Ja, manchmal schiebt man halt hier Leute und dann fliegen die so weg. Also die schweben dann weg. Ja. Ja. Oh, Bremsen nach dir. Oh, Bremsen nach dir. So, mein Planet needs me mäßig. Alter, warte. So, ich komm ihn mal besuchen. Was war denn da los? Nein! Hallo! Ey, ich glaub mein Auto kann nicht mehr in der Rechtsfahrt. Wow! Oh, da war ein Ramm! Auf zwei Reifen! Und man war da für ein Stand. Ja, da war ich zu schnell. Egal, ich komm. Ich komm nochmal rum. Ich kann nicht mehr so gut Rechtskurven fahren, was für diesen Kur ist eher... Das ist echt ein bisschen unpraktisch. ...hinderlich ist, muss ich sagen. Nein, 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 nein! Ja! Peter Smits! Jetzt! Oh, fuck! Ich bin überholt. Herr Peter, der Zweite ist acht Sekunden hinter dir. Aber ich... Ich gebe mein Bestes wieder Zweiter zu werden. Oh Gott. Aber Bram ist nicht der Einzige, der rückwärts fährt. Nice, Bram! Hilf mich doch, ja. Dankeschön. Jetzt arbeiten wir zusammen. Oder ist ein Mähdrescher? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich musste voll abbremsen. Du bist vier Sekunden und noch weg. Ja, da kam noch einer. Ja, Mähdrescher und Esteban. Esteban hat hier Aussagen vor dir. Hiss dich mal, Esteban. Nein! Die E-Bahn hat beendet. Scheiße, demoliert. Ich bin unter Mähdrescher, aber alles gut. Oh Mann ey, scheiße. Wieso kann ich hier keine Rechtskurve mehr so fahren? Ja, da ist Bram's Auto. Ja, da kamen ein paar viele Leute entgegen und habe ich einfach davon mitgenommen. Finde ich nur richtig. Du bist aber auch gemein ey. Nein, nein, nein. Du bist gemein. Nee, ich wäre ja richtig gefahren, aber da hatte mein Mikro einen kurzen Aussetzer. Da musste ich rückwärts fahren. Nee, du musstest nicht rückwärts fahren. Ja, aber das hätte ich sonst tun sollen, Piller. Ja, normal fahren. Oder Zuschauerramo und nicht mich. Ja, Quatsch. Das ist ja alles langweilig. Ja, achso. Ja, die Kurve hier ist einfach Killer. Und hinter das Startziel den Berg hoch. Aber alles gut, okay. Ich bin noch zweiter. Der Motor ist gestellig. 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 Aber er läuft noch. Überrunde hier schon, Leute. Oh nein, da ist Mr. Mähdrescher. Sarah, mach keinen Quatsch. Mähdrescher! Und er reitet dem Sonnenuntergang entgegen. Ha! Letzte Runde. Ich bin auch auf der letzten Runde. Hier ist alles. Ich habe Angst vor allem. Ich habe Angst vor jedem einzelnen Auto, und damit mich killen wird. Das sind nicht mehr so viele. Also ich habe noch 35. Da ist eigentlich noch über drin. Ja, ich habe noch 45. Aber das kann ein Crash sein. Ja, stimmt. Da sehe ich da vorne Mr. Drescher. Vorname Mäh. 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 Ha! Ha! Sneaky an einem vorbei! Das war eine brillante Fahrt! Oh, ich habe noch... Oh, nice! Michi! Alles gut. Ja, guck mal hier. Kein Problem. Oh, da ist der Mähdrescher. Aber der sieht mich nicht. Nice! Boah! Nice, Christian! Good job, Junge! Das wird uns in der Konstrukteurswertung weit nach vorne katapultieren. Das ist stark. Das ist wirklich sehr stark. Ja, dankeschön. Ich fühle mich auch gerade stark. Das haben wir gut gemacht. Jetzt kann ich endlich mitfahren. Was? Drei, zwei, eins! Aus dem Weg, Geringverdiener! Rechts oder links? Rechts oder links? Oh Gott! Hallo! Hallo! Das ist der Escobar der Hurensohn, ey! Pablo? Okay, ich bin letzter. Boah, Alter! Weltrekord im Überschlagen. Manchmal ist so ein Start nicht... Oh mein Gott! Nicht optimal. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit Bremsen komme ich nicht mehr so gut klar. Ja, dann einfach Gas geben. Jaja, also die erste Kurve habe ich einfach Autos als Bande gewonnen. Ja! Gute Taktik! Legitim! Immer da lang fahren, wo eher lang... Da, rechts. Ja, da hättest du dich nicht noch umentscheiden sollen, Freundchen. Oh ne! Oh Gott! Hui! Wie hättest du da alle hintereinander fahren, ey! Und springen. Oh, ist der schon tot? Ne. Äh, hat der einfach Bodi... Oh! Kim, du Arsch! Wie viele grüne Autos hier mittlerweile mitfahren, finde ich ganz witzig. Okay, rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Zwei rechts. Da, wo mehr Autos lang fahren, damit er einen bollern kann. Ist der Typ gerade einfach geradeaus in die Bande gefahren oder was? What the fuck? Boah, Geschleunigung! Mitte! Oh mein Gott! Unfall! Warte mal nur mal die Handbremse. Oh, leck mich am Sack! Ich dachte, B wäre die Handbremse. So, und jetzt innen rausbeschleunigen. Alter! Oh Gott! Flugkippficken! Oh, da steht doch ein Kandidat! Hallo! Oh, Pablo! Moin, Junge! Oh, schütt, wo kommt der denn her? Also, Pablo Escobar hat es fast zerlegt. Alter, da bin ich hart gesandwiched worden. Bei mir läuft noch. Christian, bist du noch am Start? Ja, ich habe gerade... Oh Gott! ... 6 Metzen verloren, weil ich Pablo unbedingt wracken wollte. Bis weiter, Peter! Aber der Fahrt gewährt. Hä? Ich weiß nicht, wo Mod 6 ist, die geile Sau. Der ist Erster. Der fährt ja jetzt gerade links in die Kurve rein. Der ist ja nur 20 Sekunden vor mir. Okay, links is the way. Ich seh ihn! Okay, ich habe noch ein paar Roten, um den zu kriegen. Na ja, kriegst du easy. Weißt du, welche Autofarbe der hat, Peter? Ja, rot. Okay, wo sollst du denn mir entgegenkommen? Rot mit einem weißen X. Alter, der hat noch voll viel Leben vor allen Dingen. Komm, Peter hol ihn dir! Spring! Oh, da ist Crash. Oh, easy! Nein! Da hast du Pablo Escobar weggemacht. Ja, das ist ja eigentlich auch mal eine gute Sache eigentlich. Aber... Er ist schon tot. Hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Da ist der Rode! Direkt vor mir, aber er ist schneller als ich! Oh shit! Ich bin tot! Oh nö! Ich wurde ziemlich hart abgeräumt. Okay, dann gucken wir jetzt Christian an, ob der es schafft doch Erster zu werden. Nö! Ich bin Elfter! Ja! Könnte eng werden, aber ich hab Vertrauen an dich! In dich! Nicht an dich! An dich auch! Ja! Ja! Du hast den Mod 6 überholt! Spring! Du hast den ersten überholt! Uiuiui! Schön ausgewichen! Jetzt geht's wieder in die nächste Kurve! Er entscheidet sich für die rechte Seite! Da kommt die Handbremse zum Zug! Oh! Ja, aber ich verliere da mal so viel Speed, dass ich fast stehen bleibe! Unter 40 kmh beschleunigt, äh gebremst war ich nicht. Beschleunigt! Ja! Negative Beschleunigung gab's an der Stelle! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Husan Chris an der Stelle, küsst noch mal kurz das Wendchen, ist an der Stelle aber neunter, kann jetzt rechts nehmen. Vierter! Neunter! Tritt auch auf die Bremse, nimmt sich den Apex und... Ja! Mensch! Das üben wir nochmal, aber am nächsten Mal wird besser! Boah, war besser als eben! Die Frage ist ja jetzt, die sich alle stellen, kriegt der Shipion-Technik noch... Er hat noch 8 Leben! Oh Gott! Easy Snackarino, Innenseite! Beschleunigung! Ich glaube der ist schon von dem NPC übernommen, der Splant-Tot-Lag! Und da! UUAH! AAAAAAAA! Easy Snack! Nochmal Apex! Diesmal bleibt er bei 40! Und er trifft jetzt den Apex nicht ganz fremd! Wo ist denn hier das Ziel? Nein! Einmal musst du doch rum, wa? Da! Ey, da war's! Oh mein Gott! Puh! Puh! Ach, da waren die Gefühle, ey! Oh! Ich bin Zweiter! Komm, bitte guten Start! Das sind wirklich viele gute Tipps, wa? Ja! Alter Bro, dir war das falsch mit dir! Warum drückst du mich einfach gegen die Wand, du Hurenkind? Oh oh! Oh oh! Nein, nein, nein! Ich will die erste Kurve doch nur überleben! Oh oh! Ich will leben! Ey! Vom 23. jetzt mal gucken, wie weit wir kommen! Oh, der Bot... Äh, der Mod... Was soll das denn, Junge? Die größte Rechtskurve! The fuck you, ey! Oh, was ist denn hier los? Riesen-Crash! Ramm, ich bin keine Bande! Ein bisschen schon! Boah, Alter! Oh, Knäppchen! Ja, Micha da... Nein! Oh! Links! Oh shit! Warum fahrt ihr nach rechts nur, wenn ich nach rechts... Diese miesen Penner! So! Er hat jetzt weh getan! Weiter, weiter, weiter! Max Level! Rechtskurve! Du musst nach rechts! Kim.com, geh mal da weg, Junge! Dann musst du wieder eingesperrt werden! Alter, Kim... Alter! Alter! Was ist Kim denn für ein Hurenkind?! Jetzt bremst doch nicht, du Arschgeburt! Ey, hoffentlich... Kriegst du nix zu Weihnachten! Das andere, was ich sagen wollte, konnte ich nicht bringen! Den fand ich aber sehr schön! Ja, fand ich auch gut! Alter, wie sie einfokusten! Ich schwör, alles ungewollte Unfallkinder! Es hat Gummi geplatzt! Alter, Jonas, geh mir nicht auf den Sack jetzt hier! Ach, komm schon! Oh, vier! Rechts! Alter, der Pablo Escobar ist wieder am Stissel, Junge! Das ist auch so... so ein Untermensch einfach nur! Ich dachte mal, Leute, die Untermensch benutzen... Jo! Nee! Ja, das ist bei mir auch so ne Regel! Sorry, Bram! Ist mir egal! Jetzt kriegen wir auch nix zu Weihnachten! Ja, ich glaub auch! Yo, Riedemord! Boah, wie viel Leben der noch hat! Weißt du, wenn die Leute einfach in der Kurve einfach mit Hartgas auf einen drauf fahren und nicht mal abbremsen, weil die auf jeden Fall nur einen treffen wollen! Ey, das klingt so wie du gegen mich! Ja, das ist doch was anderes! Das geht auf! Für die Zuschauer, Leute! Ich mach das für die Videos, ja! Oh, nee, mach ich! Nicht, weil mir das Spaß macht! Kurve innen nehmen! Oh! Kim hat gerade Escobar gut einen mitgegeben! Oh, Escobar! Oh, no! Die Kurve wird zu einem hingenommen! Tut wert! Der Escobar wollte mich tricksen! Der wurde selber getrickst! Jetzt gib mal Gas da! Ich muss dich ja schon anschieben! Okay, alles klar! Er muss weg! Okay, ich bin tot! Wie mir im Ohr ist ein kleines Hugenkind! Alter! Was passiert gerade? Hier ist ja der größte! Rumgefickerei überhaupt! Der größte Rumgefickerei! Ja, so heißt das! Was ist der? Was ist der? Was ist der? Ram ist voll weit vorne, glaube ich! Und Peter ist Erster? Der hab' ich noch gar nicht gewonnen! Nee! Luppokuno ist Erster! Nee, du bist die Nummer 1! Nee, du bist die Nummer 1! Ja, ich bin die Nummer 1! Das sehe ich auch so! Hab' ich geworden jetzt noch Sechster! Alter! Davon war heute immer wieder stressig! Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen! Darf ich vielleicht auch noch mal ins Ziel kommen? Ja, entschuldigung, dass du noch mitfährst! Hallo! Da bist du im Ziel! Ja, dankeschön! Mein Gott, ey! Was ne Arschgeburt, der Escobar ist! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!